Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, was für ein tolles Leger-Badishirt. Und was für ein super Service Dom's bunte Kiste geboten hat. Kaum hatte ich es bestellt war es schon unterwegs zu uns. Vielen herzlichen Dank, wir sind froh, dass es zeitig zum Ferienanfang bei uns war, trotz meiner späten Bestellung. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.